Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es nur um eine kleine Ankündigung, denn wir haben über 5000 Abonnenten auf YouTube. Oh mein Gott, vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für euer Interesse an diesen Themen, die wir hier in unserem Nischenprojekt online stellen. Ich habe mir das natürlich damals gedacht, als ich damit gestartet habe. Man kann mit der Energiewirtschaft jede Menge Interessierte erreichen, weil ich habe ja selbst jahrelang operativ gearbeitet als Sachverhalter und später Konsulten usw. und es gab nie irgendwie so gute Beginnermöglichkeiten, sich tief ergreifend mit Inhalten, Vorgaben, Gesetzen usw. auseinanderzusetzen, sondern man muss eben tief in die Dokumente rein. Und das kann man im Alltag nicht wirklich gut unterbringen. Also haben wir das mal gestartet, vor drei Jahren ungefähr. Ich habe dann lustigerweise vor ein paar Tagen die Info bekommen, dass ich vor zwei Jahren gepostet habe, hey, 700 Abonnenten vor zwei Jahren. Das war natürlich schon mal riesig und großartig. Und dann so ein paar Videos, wo 1600, 1600 Abrufe hatten. Und jetzt sind wir soweit, dass wir über 5000 Abonnenten haben. Unglaublich cool. Hier könnt ihr es auch nochmal genauer sehen. Und wenn ich dann so auf meine Videos gehe und zum Beispiel sortiere nach der Beliebtheit, dann sind genau diese Videos von vorhin plötzlich mal mit zehnmal so vielen Abrufen da. Und wenn ich nach Beliebtheit sortiere, dann sehen wir hier so Stromhandel, Struktur der Energiewirtschaft, Redispatch, CO2-Emissionshandel, Bilanzierung, Bilanzierung, Regelenergie, Merit Order, Unbunding, Redispatch, Energiehandel, HTNT und dann mal so ein bisschen EEG. Also die größten Videos auf dem Kanal haben nicht mal was mit der Energiewende zu tun, sondern sind ernsthafte Branchenthemen der Energiewirtschaft. Und das ist natürlich großartig und beeindruckt mich, weil es gibt natürlich viel größere YouTube-Kanäle im Energiewende-Kontext, aber innerhalb der Energiewirtschaft mit diesen harten Branchenthemen, mit Prozessvorgaben, mit Marktregeln, mit Gesetzen und mit vor allem der Realität des Alltags in unserer Branche, da sind wir vermutlich der Kanal mit dem größten Impact. Das ist cool, das ist toll. Ich habe mehr Abonnenten als die meisten Stadtwerke und Energieversorger auf ihrem YouTube-Kanal und das ist natürlich einfach nur witzig. Wir haben auf Spotify mit unserem Podcast so etwa 2000 Abonnenten, das ist auch richtig cool, da werden wir auch mehr Content jetzt wieder posten, nach einer kleinen Pause. Und hier auf unserem YouTube-Kanal kommt auch jetzt vor allem einiges rund um die, naja, das EEG-Osterpaket und was dann noch so folgt, natürlich auch rund um, ja, wie wirkt sich der Ukraine-Krieg zum Beispiel aus, die schrecklichen Realitäten, denen wir uns da stellen müssen. Und schauen wir uns da mal an, ja okay, zum Beispiel der Anschluss des ukrainischen Stromnetzes an das Kontinentaleuropäische ist ein interessanter Punkt, aber auch natürlich Versorgungssicherheit, Gasversorgung und Alternativen dafür, wie kommt die Wärme in die Heizung, aber auch natürlich entlang der gesamten Klimakrise wird es vielen Leuten immer interessanter, wie kommt denn der Strom in die Steckdose, wie kann ich mir einen Ökostromtarif suchen, aber es ändert sich doch gar nicht an meiner Steckdose, etc. Es wird immer spannender und ich glaube, da können wir noch viel, viel, viel mehr Aufklärung und Einfachheit liefern, vor allem viel Einordnung der Themen in die echte Realität. Aber die Ankündigung an sich, die ich heute machen will, ist, ich finde das natürlich toll, dass wir 5000 Abonnenten haben und ich habe mir überlegt, da wir vor kurzem unseren Shop, unser eigenes Portal neu gelauncht haben, nf.de, machen wir mal eine Rabattaktion und zwar eine deutliche. Wir werden jetzt 20% aktivieren als Rabatt. Das ist ein Fünftel, also 5000 Abonnenten, also ein Fünftel Rabatt, finde ich, glaube ich, ganz, ganz cool. Und das werden wir mal so für drei Wochen machen, also bis Mitte Mai. Der Hintergrund ist natürlich auch, wir haben dabei sehr günstige Produkte, wir haben auch sehr teure Produkte auf unserem Shop. Zum Beispiel unser 20-stündiger Kurs kostet ja 700 Euro. Das ist für den Business-Bereich, für ein Unternehmen, das ist nichts, aber für eine Privatperson, kommen wir schwingen nicht. Und wir haben jetzt mal diesen großen Kurs auch zerteilt in noch sieben Einzelprodukte, also nur Energiebilanzierung, nur Marktkommunikation, weil wir auch mitbekommen haben, das ist zwar für den Azubi und für den Gesamtquerensteiger toll, aber für jemanden, der sich nur mit Abrechnungen oder nur mit Wechselprozessen beschäftigen will, passt das natürlich nicht. Da ist es so viel Content. 20 Stunden müssen ja auch angeschaut und bewältigt werden. Also haben wir das zerteilt in diese sieben Einzelprodukte und auch die kriegen jetzt alle sofort diesen 20-prozentigen Rabatt drauf. Ich glaube, das ist fair und das ist eine tolle Geschichte, aber nur für drei Wochen. Danach ist wieder der normale Preis da. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte. Vielen Dank dafür, dass ihr also 5000 Abonnenten seid. Vielen Dank, dass ihr hier so toll mitmacht. Schreibt gerne Vorschläge für Videos, die ihr euch noch wünscht, unten in die Kommentare, auch sonst gerne jegliches Feedback. Und ansonsten Daumen nach oben, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.